Hier ist der mega pompöse und unaussprechlich tolle Adventskalender 2015. Heute Türchen Nummer 9. Warum haben Browser Games meistens echt coole Mucke und sind dann echt scheiße? Ja, alle, die das jetzt hier sehen, werden wieder im Kreis kotzen. Schon wieder Autorennen. Ich will. Ja, so. Fertig. Ich will. Lustigerweise brauche ich nur die linke Maustaste. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Wir werden es rausfinden, wa? Ja. Wald. Stadtwüste. Okay, let's start. Was? Wie genau? Ich, äh. Nein. Ich muss da hin. Ganz oft wird... Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, das wäre Nitro gewesen. Alter, was? Muss ich... Was? Nitro! Aber ich... Ich klicke mal ganz doll in die Richtung, wo ich hin will. Alter, da musst du dich ja draufklicken. Und was klingt denn da? Ich klicke nicht durch. Aber da hinten ist das Ziel. Lass mich durch. Oh! Alter. Das ist ja mal eine lustige... Eine lustige Idee. ja 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 ist klar aber eine lustige idee zu lenken dennoch voll schwer ach so ich muss gar nicht schnell klicken sondern einfach durchhalten okay komm hol dir nitro digger ja 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 okay ach so ja hier so ja ist immer gut auch gut auch gut ok auf zwanzigsten platz startet wird mir ja gerecht das ist ganz strange ich glaube ich jawoll für hier handys und so ausgelegt wegen tappen und so bling bling ich überhole euch alle bitteschön das wurde ich eben achter ne ok jetzt aber besser bitte yes ja ja ist klar ich bin aus dem bild getippt scheiße nein komm schon komm schon komm schon aber mit einem place wie der xbox controller würde ich jetzt lieber autorennen fahren da kann ich das wenigstens ein bisschen ich schwör alter was macht ihr so viel kann man gar nicht im kreis fahren halt da hüi oh was wau second wupp wupp bisch und erst mal wogegen. Ähm... Bleibt das immer bei 100? Nee. Of course, jetzt nicht. Ach, das wird so schnell. So und so und... Ach, Mann. So und so. Ich will in die Stadt. Rumbling, bling. Die Mocke, die fährt's, obwohl ich sowas normalerweise gar nicht hör. Dä, 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 nicht hoch. Komm, 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 komm. Also doch, ich höre schon sowas, aber... Nö? Ich kann es nicht beschreiben. Ja, bling, 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 komm, wir nicht in die Quere. Nyao. Nyao. Let me through. Boah, ich krieg voll Tunnelblick. aber das muss ich ehrlich sagen macht schon mehr spaß als das montag das montag racing ihr seid voll die lutscher ihr kriegt kein nitro ob dann in der stadt andere musik ja also ich mag das lied aber in der stadt dann was neues wäre schon nice ja so und so naja das ja wohl eher außerhalb von der stadt oder ich würde gerne gitarre spielen können ja 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 auch mann und gleich überholt eine ganze armee naja lass mich naja mann schon wieder ja 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 auch kommt schon wo seid ihr ihr seid schon viel ne ach man aber besser als zweiter krieg ich echt nicht hin ja hier so jetzt zum zugucken bestimmt übelst boring für euch aber ein bisschen spaß macht es schon ein bisschen ja auch mann und hier gibt es nicht so viel zu verstehen hier lose ich nicht wieder so ab wie bei den fast allen anderen spielen ja ja komm ich möchte noch einmal erster werden dann gehe ich euch mit dem spiel nicht länger auf den sack ich schwöre ja 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 aber die sind warum sind da so viele immer schon so weit vorne jetzt hätte ich gesoffen jetzt hätte ich gesoffen nitro ja ja ich komme vorbei ich ja 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 komm schon den will ich noch kriegen den will ich bitte 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 einmal lass mich einmal erster sagen oh bitte wo ist er denn da ja nitro ach man ich weiß nicht wie lange nehme ich jetzt schon auf ist euch das zu lang ich möchte euch nicht langweilen komm hier so und so und das war es auch schon komm so lang ist ja nicht mehr ihr haltet das aus aber die kriegen das ja zum glück auch nicht von daher ist das gar nicht so schlimm geht es jetzt jetzt ja 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 nein oh mein gott oh mein gott achas ach neit scheiße pschew 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 ja kommt überholt nicht wieder alle ich werd nie erster ach ach dir 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 dir. dann gib mir doch auf dem weg man mir wird die ganze zeit die maus im bild die hätte ich vielleicht mal ausdingsen sollen scheiß drauf seht ihr wenigstens was ich da veranstalte Nichts von Nitro, Nitro, meins. So darf ich jetzt bitte mal erster werden? Nur ein bisschen. Ein bisschen. Vollste Konzentration. Nitro, 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 Nitro. Glaub ich schon. Aber den ersten kriege ich wieder nicht. Das gibt es doch nicht. Okay, wir gucken noch einmal kurz an die Wüste rin. Und dann... Was? Dingens, dingens, dingens. Einmal die Wüste. Das sind gemeine Farbtöne. Boah, mir wird schlecht. Alter, oh Mann, du Arsch. Die Farben und die Steine, die machen alle voll Kürre. Und man... Nichts von euch. Ja, komm schon. Ja, ja, ja. Und du noch. Und du. Und Nitro, Nitro. Und du. Und nitro. Mit mir. Mit mir. will i do it this time what you think bitte wetteinsatz jetzt ich wollte gerade schon fluchen nein ich habe wieder nicht gekriegt doch doch oh gott nicht so schnell wo sind die denn alle okay rechts vorbei ach man das gibt's doch gar nicht heute platz gibt mich nicht damit zufrieden doch ich gebe mich jetzt damit zufrieden ist ich höre schon auf so türchen nummer 9 ja und dann bis morgen mit der 10